Die Vorteile der Verwendung dieser Folie gegenüber einem manuell aufzutragenen Lack liegen in drei Bereichen. Das ist die Lagerung, das ist die Ommelverträglichkeit und das ist die Verarbeitung. Im Bereich der Turmsanierung kommt es verstärkt zu Korrosionen an Schweißnähten und Verbindungsflanschen der Segmenten. Wir haben uns dann bewusst für die anspruchsvolle Prüfung gemäß ISO 12944-9 entschieden. Das Herzstück dieser Norm ist eine zyklische Korrosionsprüfung, die jetzt auch in der Bewitterungs-, Salzsprühnebel- und Tieftemperaturphase besteht. Wir sind sehr stolz, dass unser favorisiertes System aus Zinkprimer und selbstklebender Spezialfolie Renault ICP die hohen Anforderungen der Korrosionsprüfung erfüllt hat. Zwei Hauptpunkte bei der Verwendung dieser Folie sind Kostenersparnis und Umweltschutz. Sie sparen Kosten in der Abarbeitung ihrer Anlagen, weil sie schneller arbeiten können. Sie vermeiden Sondermüll und sie vermeiden die Gefährdung ihrer Techniker durch gesundheitsgefährdende Stoffe. Es wurde hier im Haus intern eine Arbeitsanweisung erstellt, wie diese Folie zu verkleben ist. Dazu gehören auch Vorgänge wie Oberflächenvorbehandlung mit einer Schleifmaschine, Auftragen eines Primers. Und die Kombination mit diesen Vorbehandlungen in Verwendung mit der Rhinolidfolie erzielt eine mehrjährige Sicherheit gegen wiederauftretende Korrosion. Nach dem ordnungsgemäßen Primerauftrag und einer Trocknungsdauer von nur drei Stunden kann direkt mit der Folienapplikation begonnen werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Deckbeschichtungen weist unsere Folienlösung keine signifikanten schichtigen Schwankungen auf. Somit können wir eine sehr konstante und reproduzierbare Schutzwirkung erzielen. Der Verarbeitungsvorgang ist relativ einfach, schnell zu erlernen und führt recht zügig zu Zeitvorteilen gegenüber dem manuellen Auftragen eines Lackes. Korrekturen sind auch möglich. Einmal verklebt, lässt sich die Folie problemlos wieder abziehen und neu verkleben. Der Kleber unseres Systems ist dabei in der Lage, die Oberfläche bestmöglich zu benetzen und bietet damit eine hervorragende Barriere. Dagegen eindringende Feuchtigkeit. Auf Basis dieser Ergebnisse können wir unseren Kunden ein robustes und zuverlässiges Langzeit-Korrosionsschutzsystem anbieten. Dagegen eindringende Feuchtigkeit. Dagegen eindringende Feuchtigkeit. Vielen Dank.